Scherzen bei brennenden Kerzen Hüpft etwas Schwarz-Weißes durch den Schnee, ist es ganz bestimmt ein Springguin. Doch kannst du auch die folgenden Scherzfragen beantworten? Was fällt oft an Weihnachten, verletzt sich aber nie? Welche Kerze wird in der Adventszeit nicht angezündet? Was wünschen sich frischgebackene Eltern zu Weihnachten? Was ist am ersten Advent groß, aber an Weihnachten klein? Welche Kerze brennt an Weihnachten länger, eine weiße oder eine rote? Balsam für die Seele Dieser muntermachende Kaffee mit stresskillender Schoki und köstlichem Sahnehäubchen lässt die Glückshormone nur so tanzen. Gönn dir eine kleine Pause mit diesem himmlischen Seelenwärmer und lass dem Weihnachtsmann einen guten Mann sein. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, ein Daumen rauf und ein Abonnement sehr freuen. Kommentare bringen den Algorithmus so richtig auf Trab und du würdest mich total damit unterstützen, was mich sehr froh machen würde. Danke, danke schön.